Sporadisch tauchen in der Praxis Fragen auf, die die Datensicherung betreffen. Und zwar, wie lade ich eine Datensicherung? Das Laden einer Datensicherung ist relativ einfach. Sie klicken auf Datensicherung und sagen nun, klicken eine Datensicherung an und sagen, lade Datensicherung von einem bestimmten Tag. Es ist zwingend, oder Wabi Profi 3 will unbedingt natürlich sicherstellen, damit hier nichts verloren geht. Das bedeutet, Sie müssen eine tagesaktuelle Datensicherung haben, damit Sie eine ältere laden können. Das Beispiel, wenn heute der zehnte Dritte ist, müssen Sie also vom zehnten Dritten eine Datensicherung erstellen, damit eine ältere vorab den neunten oder den dritten Dritten, wie in unserem Beispiel hier, geladen werden kann. Weil, wenn Sie keine aktuelle Datensicherung haben und Sie würden eine ältere laden, könnte es sein, dass die Daten dann verloren sind. Deswegen stellt Wabi Profi 3 intern sicher, damit Sie wirklich nur dann eine Datensicherung machen können, wenn Sie eine aktuelle haben. So, wo liegen die Datensicherungen? Die Datensicherungen sind im Installationsordner wabi-profi3-backup. Im Backup-Ordner befinden sich die WA3-Dateien, die einen Timestamp, also das Datum tragen, und zwar amerikanisches Format 2014, 03, das Monat 03, der Tag in unserem Beispiel. Ja, das war's schon.